Die Temperaturen bei minus 4 Grad der BVB mit ner stürmischen Anfangsphase Im dritten Ligaspiel in Folge mit der gleichen Stabformation Dortmund ist taktisch super diszipliniert Für die Liebhaber von gut funktionierendem Kollektivfußball war das heute ein echter Leckerwissen Wer soll's besser wissen, guck mein Freund dazu Nimm ich in Glühwein, am besten brühnend heiß Dann krieg ich in meine Finger wieder Gefühl rein Die brauch ich ja zum Klatschen, so wie die tausend anderen, die ihr vom selben Typ seid So wie Kevin, die, wir wollen mit euch feiern und haben jetzt alle Stehplätze Damit wir schweigen, muss erst einiges passieren auch Wir sind wie, für die Mannschaft der, ja, es ist wie ein Traum Wir bleiben oben auf, heizen durch die Liga und hauen noch ein paar Kohlen drauf Bis es selbst ein Vizemeister aus den Ohren raubt Na und so geht's auch, denn die Hauptsache, dass wir unser Ding weiter durchdrehen Für ein brauchbares Ergebnis muss hinten nur die Null stehen Dann muss Shinji einmal durchgehen und zieht von rechts rauf, denn gegen diese Dieser Haken sieht man schnell mal schlecht aus Pass in die Mitte Gagawa, 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 dreht sich, Gagawa Gagawa, 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 Gagawa In der 45. Minute Super geil gemacht von Shinji Gagawa Er dreht sich und keine Chance Gagawa, 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 Gagawa Bis zum nächsten Mal.